Servus im Wirtshaus zum letzten Sattler. Das ist ein virtuelles Wirtshaus in dem alles ist wie in einem wirklichen Wirtshaus außer der Alkohol. Da wird geschimpft, da wird erbleckt, da wird Gutes gesagt, Schlechtes gesagt. Müsst ihr euch durchschauen, es gibt viel Interessantes dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Servus.